Herzlich Willkommen zurück bei Eleanor und jetzt wollen wir in diesem Fall weitermachen in den Viertelmond Morden und jetzt lesen wir uns die Briefe durch. Also los geht's! Natürlich fängt man mit oben an, sag ich schon. Okay. Dann jetzt das hier, was haben wir hier? Wieder einen geschriebenen Text mit Schreibmaschine. Okay. Jetzt haben wir hier. Ja gut. Can't really find me where I hit myself. Okay. But I hide myself. Okay. Okay. What the hell? Fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in a public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to. Forget what it's supposed to. What does he want it to? Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay. It's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? A story with two meanings. A symbolical meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Could somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on. We have a clue. Captain? Thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. Oh, oh. Hat er recht. Jetzt spielen wir nach seinen Regeln. Ich hab das doch nicht entdeckt. Exit. Wo ist unser Auto? Man, unser schönes, schnickes, schnelles Auto war Eis. Jetzt zeig. Komm, Rusty. Wir haben ein Fall zu lösen. Ich weiß. Enough women have died. Yeah, and it's our asses on the line too, Phelps. You heard what the captain said. The department is not gonna take responsibility for all those bad convictions. Success is a double-edged sword. Let's just get this sick, Phelps. Gut. Boah. Knapp. Jetzt hier rein. Da ist es schon. Pershing Square. Da waren wir, glaube ich, auch schon mal vorbeigefahren. Okay, gucken wir mal hier, ob hier irgendwas ist. Hm. Ich sehe nichts. Da hat was vibriert. Oh. Hier ist was. Was haben wir hier? Da ist a cave. Wachsen von Pflanzen. Schränkt von Blumenblatt. Und auch ein Gabel von Smaragd. Moment, springt eine Quelle? Ja. Die wie Schnee und Silber verräumt. Nicht so schnell! Was ist weiter? Ich hab keine Ahnung, Cole. Was haben wir hier? Da liegt noch was. Sozialversicherungsaus. Das ist Elisabeth Schor. Elisabeth Schor. Elisabeth Schor. Betty Schor. Black Dahlia. Ja. Wie sag ich das mit den Ziffern? Wo hab ich die Karte? Karte. Karte. Äh. Gut. Was haben wir hier? Stadtbücherei. Stadtbücherei. Ähm. Hm. Interance. Ne. Was sind denn diese Fragezeichen hier? Verstecktes Auto? Ja. Ach ja. Stimmt ja. Aber ja. Die markante Stelle. Erhebzige Dachfenster. Pflanzen. Ja. Ich glaub. Das könnte es sein. Stand da nicht irgendwas mit Protokoll. Ähm. Wo ist das? Ich möchte gerne den... Ach ja. Muss ich ja unter... Hinweisen gucken. Okay. War richtig. Hinweise. Zweiter Auszug. Äh. Grotte. Aber wachsen. Übrigens. 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 Rücken des Bergs. Hier vorne drin. Liebe Schnee. Wie Silber und ja. Okay. Das könnte es tatsächlich sein. Gut. Anscheinend habe ich auch recht gehabt. Das war jetzt ein Tipp ins Dunkel. Ganz ehrlich. Ich hab gedacht Pflanzen. Pflanzen war auch drin. Vielleicht ist es das ja. Ich weiß es nicht. Okay. Lassen wir Rusty fahren. Anstatt die da rüber rutscht. Du fahren. Ich muss über die Case Note. Nicht auf die Fresse fliegen Rusty. Wir brauchen nicht noch. Wir brauchen nicht noch Rusty. das ist ihn. Er. Er ist wirklich er. Er hat den Dallian sterb. Und du glaubst das? Er führt uns. Das ist sein Spiel Rusty. Mir geht es gar nicht um die Auszeichnung, mir geht es um den Dreckzaktor zu schnappen. Beziehungsweise ich kriege ja gar nicht die Auszeichnung. Ja. Aber irgendwie auch schon. Ich spiele ja den Kogel leer. Irgendwie auch schon. Oh, da steht ein schneller Wagen. Ganz vorne, rechts. Gehen wir mal rein. Seht ihr mich ruhig? Ne, da sitzt eine Empfangsnahme. Ja, ach, ist keine Dame. Ich dachte, es wäre eine Dame. Okay, den obersten Stock. Gut. Was? Geht um eine Seite, ich hab's eilig. Das ist der oberste Stock. Oh, geht's noch weiter auf? Ne. Oder? Da ist ein Schergriff Golden. Versuch ich's doch mal hier. Hm. Ich sehe im Moment nix. Let's go. Ja, ja. Ganz ruhig. Hier ist nämlich nix Golden. Ich glaub, da muss ich tatsächlich hin. Was hier? Ja. Basti ist nämlich noch hier. Kann ich irgendwie raus? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach. Gut. Ja. Okay. Gut. Ich geh raus, Rusty. Nein. Oh, mein Hut. Nein. Cole. Nein. Och, Cole. Officer am Boden. Ey. Kann doch nicht wahr sein. Ich darf dreimal runterfahren. Ich kann dagegen nix machen. Gut, komm. Also ganz langsam. Okay. Ich bin da. Gut. Hier ist auch. Eine Uhr. Ja. Ihre Uhr. Ich glaub, wir sind dem Mörder tatsächlich auf der Spur. So, hier. Von dem Tempel high von man's eyes we found over sculpture and posy von dem mummerings of the und spars Tuesday drinks. Aha. 50 Tempel high of man's ear and eye roofed over sculptures and posy. Where have I seen that? Weiß ich nicht. Oh, oh. Nein! Was ist denn hier los? Achso, ich muss schwingen. Fuck. Er macht nicht das, was ich will. Achso, da rüber. Geh, warum? Hole. Oh. Hoppala. Ja, das ist, äh, äh, no skill gerade. Ey, das ist ziemlich heftig. Oh, come on. Oh, come on. Jawoll. Jawoll. Hm.